Hallo Leute, mein Name ist Byplace und heute spielen wir ein Flash-Game namens The Peacemaker, also der Friedens... An Peacekeeper. Ich hätte immer gedacht, dass das Peacemaker heißt. Also der Friedens... Keine Ahnung, wie man das hier tut. Mir fällt gerade keine Übersetzung ein. Es tut mir echt leid, dass da ein Rand ist, aber dagegen kann ich nichts machen. Vielleicht machen wir ein bisschen Musik an. Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an. Du spielst irgendwie einen Ritter oder so. Wir spielen ein neues Spiel, weil ich habe das schon mal angefangen, war schon bei der Welle 10. An sich dieses Spiel legt auch. Geh auf mein Land, ihr Hooligans! Keine Ahnung, Peacemaker, wir können mehr für deine Peacemaker. Ich lese es einfach so vor, wie es da steht. Over my peaceful body. Play. Schauen wir mal. Also... Ähm... Okay. Äh, ich weiß es schon. Also... Schießen tut man mit der linken Maustaste. Wenn man nicht schießt, dann tut er sich automatisch ducken. Und man benutzt WASD. Oder die Pfeiltasten, um sich zu bewegen im Schützengraben. Spielen wir doch einfach mal. Äh, und das Spiel hat ein bisschen... Alles. Will ich mir euch mal gleich verhandeln. Ähm... Ich mein, es ist nicht viel. Ähm, das Spiel macht echt Spaß. Ich hab's gestern die ganze Zeit gespielt. Das ist richtig Spaß. Wenn man sich dann so die neuen Waffen holt und alles. Und es lag... Ja, so gut wie sie schießt. Ich kann jetzt eine Granate heben. Da ist eine Granate. Und das hat jetzt alle auf einmal ausgelöscht. Was richtig geil ist. Feuer. Nimm DAS! Du... Ding! Das aussieht wie ein Hellgast von Killzone. Ich seh doch aus wie ein Hellgast von Killzone. Das sieht aus... aus wie... äh... wie ein Anzug von... ... 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 Im Gegensatz zu den anderen Also, das hier erhöht die Magazingröße, das hier erhöht den Schaden, das hier erhöht den Rückstoß und das erhöht das Gold, das man kriegt, ich nehme das hier und den Schaden und den Schaden, und weiter geht's mit dem Krieg des Friedens Ich spiele so vier Wellen, das hier ist der neue Gegner Hey Hanklet, you could make it, this guy is no Hey man, can I ask you a question? Yeah, sure, as long as it's not one of your lame acts, per se It was funny back at the academy Das will doch hier niemand hören Okay, los geht's Also, es gibt jetzt einen neuen Gegner, der hat eine Axt, und die kann er in deinen Schützengraben werfen Der kommt auch sehr schnell Ähm, es ist die beste Idee, wenn die kommen, dass du einfach die ganze Zeit in den Bewegung lässt Weil, wenn die dann eine Axt reinschmeißen, die bewegt sich nicht, das macht würgermäßigen Schaden Ähm, und äh, ich mein, was soll man dafür über sie sagen, ich mein, das ist Piu 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 Tod Das ist echt, ich kann echt nicht viel drüber sagen Ich stehe hier Okay Äh, das ist ne Truhe, da sind meistens Raketengraffer drin Sollte ich den Partizipel Warf Das ist ein Raketer Oh Amazing Alter, das löscht so viel auf einmal aus Boah Ich erinnere mich noch, wo ich das erste Mal gefliegt hab und dann hab ich gehört Oh 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 Ähm Ich hab einfach mal gestern so nach Spielen gesucht und dann, ja, da war halt so Wie, ich hab mir gedacht, ja, das sieht echt cool aus Und ich hab mir gedacht, ja, warum spiele ich das nicht mal auf meinem Channel Äh, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, kann ich nicht online spielen Weil mit nicht funktioniert Äh, also ihr wisst wahrscheinlich nur, dass Mikrofon nicht funktioniert Der Konflikt daran, aus irgendeinem Grund funktioniert es nur nicht, wenn ich skype Und damit wird auch Welle 2 geschafft Ich mach noch eine Und ich, wenn ihr das nochmal sehen wollt, dann schreibt das doch einfach in die Kommentare Da tun wir mal Das gibt's auch als App, falls ihr euch die holen wollt Ich hab's dann an mir, hab's dann selber noch nicht gespielt Ich tue das nochmal Das Das Oh Mann Jetzt hab ich nicht mehr genug Geld Na egal Okay Ähm Noch hier eine Welle Ich glaube hier kommt wieder ein neuer Gegner Ne Kommt Welle Also Ähm Meine Waffe schleudert jetzt die Gegner zurück Ein bisschen Und ich mach jetzt den Schaden Nicht ein Und ich krieg mehr Geld Und ich krieg mehr Geld Einer Oh Okay Langsam wird's lächerlich Das ist lächerlich Das ist lächerlich Ich sag auch nicht was die können Und es gibt dann auch noch dunkelgrüne Sonnen Ich sag Und denen kann ich euch wahrscheinlich schon sagen was die können Die haben eine Schrotflinte Und zwar eine mit unendlicher Reichweite Ich schau nur ganz kurz Ob ich noch Zeit hab Für noch ne Runde Und dann sehen wir uns wieder Ja locker Flockig Dann geh mal Machen wir doch noch weiter hier Ähm Was gibt's denn eigentlich noch für Upgrades Also ich weiß es gibt noch Granaten Upgrades Und Leben Upgrades Aber die kann ich nicht mehr holen Fangen wir was die Ich glaub das sind Rüstung Rüstung Und Complete Wave 25 Wow Das ist cool Ich will echt Das da die ganz hoch machen Ich brauch das Oh ich kann beides holen Dann Ist mir auch wurscht Ich hab beides Okay Gehts weiter Mit Welle 4 Ah jetzt kommt's Hier kommen die neuen Leute Ähm Ja das könnt ihr euch selber durchlesen Oder ne 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 das ist noch nicht der neue Typ Da kommt jetzt irgendwie Spam glaub ich Ähm Alter stiürf Bitt Äh 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 Alter Ich er hatte relativ viele Leben Gefällt mir nicht Ich würd echt dieses Hand Cannon damit es ja nichts in der Stroh-Schläge nennt das Ich hoffe das geht, aber da braucht man Welle 25 25 Man braucht 8 Minuten an 4 Wellen Heißt man braucht fast eine Stunde Wenn man ungefähr so lange braucht wie ich für eine Welle Ich brauche das Ich brauche nicht Ich habe mit mir her Was ich finde Aber natürlich wenn diese Sterne 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 wird auch sterben Das sind so viele Das sind so viele Warte, was soll ich da rein Das hat nicht viel mehr gefehlt Das fühle ich mir Ähm Nicht mehr Mir fehlt gerade Zeug über das ich reden könnte Dann hat er das Gesicht Das hat allergisch schlecht Ich konnte mich gar nicht bewegen Sehr schlecht wenn man sich im Herzen nicht bewegen kann Woah Einfach Den Ende Ok Sterb Dann Dann können wir da Wer kommt denn Ich glaube Welcher wäre denn Ich glaube wenn sie wäre mit 10 Punkten Boss Eigentlich sage ich es nicht welcher Sonst wäre das Spielspaß weg Wenn ihr wüsstet was das schon für Gegner kommt Ich glaube ich habe die Aus Und dann Dann wäre selber gut Da Aus Wenn ihr selbst Duft 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 Und Duft Duft Ich hätte immer gedacht das wäre Ähm Okay Also Das reicht euch schon von dem Spiel Ähm Falls ihr es spielen wollt Der Link zu diesem Spiel ist in der Beschreibung Und Jo Ich hoffe euch hat dieses Flash Game gefallen Falls es euch gefallen hat dann Dann mache ich vielleicht noch mehr davon Und wir sehen uns im nächsten Video Ciao Ciao